Hallo und herzlich willkommen zu einem weiteren Part von Jank. So, ich würde sagen, hier haben wir ja schon ein paar Blatt gemacht. Machen wir weiter und machen noch ein paar mehr Blatt. Ähm... Tschüss. Und spring gleich selber runter. Ja, ich sollte vielleicht halt auch springen... drücken. Tschüss. Oh, oh, was? Was? Nee, 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 nee. Okay. Come. Ha! Grenade kill! tschüss habe es da hat nichts getroppt aber hier liegt so ein fläschchen das nehmen wir mal mit was das energy trinko würde ich mal so behaupten und da liegt noch einer den frau ich noch nicht aufheben oder solchen aufheben ok arena was 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 das ist das ist hier gleich so richtig mega fiese ich habe keine granaten hinein ok ok ich müsste zwischendurch gleich mal ausweichen oh das gibt dem guten damage oh hey Okay, ich sollte auch mit der Wand so ein bisschen interagieren Ah! Äh, fuck! Oh, er erwischt mich aber immer wieder, ne? Oh, das war schlecht Ah, äh, nicht Oh, er erwischt mich aber immer wieder, ne? Ah, shit Ah, ich hab dich gleich Ich hab dich gleich Ah, ich hab dich noch mal weit down Oder muss ich hier jetzt noch was Bestimmtes machen? Moment Moment, da wird eine ein Symbol Okay, ich muss mal kurz in mit Walls reingucken Ähm Hä? Ähm, ja, blocken kann ich auch aber Was genau muss ich jetzt hier machen? Ach, ich muss es nur ich muss nur richtig treffen Die Wand Oh Ja, komm ab Wie abrupt Wie stimmt Nie müssen Sie nicht der Real Butcher? Wo ist er? Ich weiß, wo es ist. Waffe, eine Schrotflinte, so wie es aussieht. Und ich muss doch jetzt noch mal kurz in die Controls reingucken. Block. Left. Wege. Äh. Hä? Nein! Shotgun blows through opponents at short range. Okay, ich schätze mal, dass wir... Volt down and shoot? Okay. Ähm. Na. Egal. Irgendwas wollte ich noch. So von wegen... So kann man hier solche... Ach, das ist blocken. Aber das ist doch nicht der... Oder? Das sieht nach blocken aus, oder? Das sieht aber nicht... Es ist doch nicht der... Linke Hebel. Äh, oder... Ja, es ist schon irgendwie ein Hebel. Oh, warte, 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 warte. Ah, äh, äh, was... Was, was muss ich denn da... Ähm. Ähm. Ha! Ähm. Ähm. Ich weiß jetzt leider nicht, was das für eine Taste ist, die ich hier bei dem Hund drücke. Okay, ich glaube, ich glaube, ich werde gleich drauf gehen, wenn das so weiter geht. Okay. Okay. Okay, ich bin soweit. Fast drauf, ne? Ah. Ah. Okay, ich muss doch erst mal kurz gucken. Ah, Controls. Oh Gott, die ist aber auch so klein. Quick Attack müsste das sein. Also, X. Äh. Ich hoffe, ich habe jetzt nichts umgestellt. Nur kurz reinkippen. Ähm. Ich habe auf, äh, der Saturanzeige geschaltet. Ach, okay, das, äh, hat jetzt gerade nicht funktioniert. Ach, Mann, dieser... Der Hund nervt mich. Ah. Alter, komm schon. Alter. Das ist... Das ist richtig schnavig, gerade mit dem Hund. Alter. Ich versuche die ganze Zeit... Ich will die ganze Zeit versuchen hier eine... Ähm. Okay, ich kriege das gerade echt nicht so hin, wie ich mir das vorstelle. Und dann bin ich schon wieder im Arsch. Okay, ich muss das anders machen. Ah, Alter. Ah, ein bisschen durch die... Ah, nein, schon wieder der Hund. Ah, Alter. Ah, Alter. Wie... Der kriegt mich aber auch andauernd. Alter. Noch bevor er schießen kann, ey. Leck mich fett. Der Hund ist schnell, das... Ich hasse Hunde, die mich angreifen. Oh, Fick. Voll drüber weggeschossen. Holla, die Fee. Endlich. Leider hat keiner von denen mal was... getroppt, was mir... Spaß machen könnte. Okay, hier ist was. Ah. Was willst denn du? Da. Tschüss. Oh, was hat der... Der hat eine AK. Wie die Schaben. Der ist zwar schon längst tot, aber egal. Ey, ich will deine Waffe haben. Ey, ich bräuchte was zu... Ich bräuchte wieder so einen Energy Drink. Ich bin fast im Arsch mal wieder. Oh, Gott. Okay, ich bin tot. Aber ich hab hier ja richtig, äh... ordentlich schön gesetzte Checkpoints. Okay, ich muss hier echt mehr... mit... mit Kombos auch arbeiten. Ah, gegen die Großen darf ich hier nicht diese... Upsa. Ähm... Ähm... Ich wollte eigentlich hier das benutzen. Und? Komm, her damit! Boah, brauche ich. Meine Güte. Aber echt schon richtig funny, das Game eigentlich. Tschüss. Hola, die Fee! Ah! Ich habe mich gerade mal kurz anders hingesetzt. Ach, nicht schon wieder so einer. Komm her! Okay, ich muss halt auch... Das war ja einfach gerade. Tschüss. Es gibt... Ach, schon wieder einer. Oh, der hat geblockt. Zack, tschüss. Aha. Oh. Es hier auch irgendwie so versteckte Gegenstände gibt. Oh, Gott. Ähm. Also, ich muss sagen, es gefällt mir. Das Spiel. Oh nein. Hunde. Oh, wir sind beide tot. Gut. Meine Güte. Ich glaube, gegen die Hunde werde ich mich noch arg aufregen. So, wo ist der Nächste? Aaaaaaand. Der wird doch... Oh. Oh. Das war nix. Was willst denn du, hä? Ich glaube, du machst mir gar nix, hä? Oh, oh, oh. Komm, Jeffe. Lass dich zersiegen. Okay, nach unten kann man ja scheinbar nicht sägen. Aber das da kann ich wieder trinken. Sehr schön. Puh, wie die Zeit vergeht, hey. Ich kann eigentlich schon wieder mal ein Päuschen einlegen, würde ich sagen, oder? Sollen wir hier noch rüberhüpfen? Oh, was? Nee, oder? Oh, oh, oh. Ernsthaft. Eine Minigun. Okay, ich schätze mal, dann wird es hier gleich mega... Cool. Mega der fette Gegner, komm mal. Wamm. Ah, why not, ne? Why not? Dann würde ich sagen, machen wir jetzt hier aber trotzdem mal ein kleines Päuschen. Und dann würde ich sagen, machen wir im nächsten Part weiter. Vielen Dank fürs Zuschauen. Und dann würde ich sagen, machen wir jetzt mal ein kleines Päuschen.